Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Mittwochsspieltag der FLP-Liga. Insgesamt der fünfte Spieltag ist das und wir spielen gegen die Melbourne Knights. Also die Australier kommen nach Rostock und es geht auch ohne groß zu labern direkt ins Spiel rein. Beziehungsweise in den fünften Spieltag und ab geht es. So wir haben den Anstoß, Steffen B. auf Igor P. Und ich habe nochmal nachgeguckt, die Namen die hier dastehen, das sind tatsächlich die Vornamen. Also Igor ist der Vorname und P. der Nachname. Ein bisschen komisch, eigentlich ist das doch eigentlich andersrum, oder? Passt zum Steffen B. aber abgefälscht. Oh, schöne Parade von Perry. Weil dieser Hilmar W., der heißt mit Nachnamen Weiland oder sowas in der Art. Und deshalb kam ich drauf. Das kann ich in Wikipedia nachlesen. So, der Marat A. Oh nein! Marco Z. foult und kriegt die gelbe Karte. Da war er ein bisschen übermotiviert. Die Freistoßchance jetzt für... Oh, schön am Pfosten. Nein! Und reingemacht. Ach! Hier kommt es in der Wiederholung. Erst an den Pfosten, er prallt zurück und dann nochmal zurückgeprallt und Tor. Wahnsinn. Also gegen die Melbourne Knights hat sich der wahrscheinlich lange Flug nicht ganz so negativ ausgewirkt. Der steht jetzt 0-1 für unsere Mannschaft. Bulliab, wie hieß der? Habe ich gerade gar nicht gesehen. Hilmar W. als am Ball. Perry hat ihn wunderbar gehalten. Also das war ein dummes Tor. Das hätte man nicht gebrauchen können. Was war denn das? Da geht der Torwart nicht mal hin. Guckt euch das nochmal an. Der macht da keine Bewegung. Hier. E. Sag mal. Der Marat A. Der heißt Marat A. Versteht ihr? Marat A. Marat A. Jetzt die Chance. Nein. Kein Anschlussseffer. Jürich F. hat den Ball gehalten. Die Melbourne Knights sind ganz schön. Oh. Jetzt die Chance. Aber nein. Igor muss aufpassen. Ja. Keine Fouls provozieren. Gehen wir dorthin. Jetzt hat der Igor. Der Master of Tor. Hat jetzt die Chance. Oh. Abgefälscht. Einfach die Lust drauf backen. Oh. Das war ja gerade. Und es steht 0-3. Das ist ja fast schon eine vernichtende Liga. Jetzt muss auch mal was kommen. Ja. Igor P. Wer sonst macht. Verkürzt auf 1 zu 3. Ist das der Anfang vom Hansa Rostock-Torrausch? Jetzt die zweite Chance vielleicht. Yes. Ins obere Eck. Schön langgezogen. 2 zu 3. Ist das die Wende? Ist das die Trendwende im Spiel? Noch? Boah. Pondier Lacte heißt der Typ. So passt es zum Steffen B. Oh. Schön. Der hat es nicht realisiert. Und ist dorthin gefallen. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. 30. 31. Spielminute. Oh. Schön. Mit dem Kopf. Oh. Oh. Gefährliche Situation. Da muss man auf den Igor. Nein. Der verpenst. Der Igor verpenst. Es gibt es doch nicht. Aber der Marco Zett rett. Oh. Foul. Das war doch aber zum Glück noch gehalten. Und der Wank schießt der Torwart eigentlich immer Pondier Lacte mit dem 4 zu 2. Für den Melbourne Knights. Warum schießt der Torwart eigentlich immer zu den gegnerischen Spielern? Der Igor jetzt. Der macht es. Nee. So etwas ist sinnlos. Das klappt nie, wenn man so spitz drauf schießt. Das ist. Ui. Oh. Was für eine Aktion. Ausgetänzelt. Wenn man so spitz drauf schießt. Das ist sinnlos. Letzter Hilmer. 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 Steffen. Steffen B. Jetzt am Ball hier oben ist der Igor. Ich muss immer ein bisschen ausrennen hier diesem Typen. Dass der gar nicht auf die Idee kommt, die dumme Gedanken zu machen. Oh. Abgefälscht. Oh. Das wäre es jetzt gewesen, aber leider nicht. Ach, ich wollte schon sagen faul. Nein, das war der Halbzeitpfiff. Martha hat sogar einen Hattrick geschafft im neuen 15.23 Spielminute. 2 zu 4 für Hansa Rostock steht es. Und es geht in die zweite Halbzeit. gegen die Melbourne Knights. Und die haben Anstoß. Steffen B. platziert sich direkt, um den Ball abzunehmen. Aber es hat nicht geklappt. Es ist nicht gelungen. Oh. Gerade noch so schön abgefälscht. Na gut. Z hat den Ball dort weggeschafft. Passt auf Igor. Auf wensohn. Nein. Da ist der Igor heute den Ball weggerannt. Jetzt der Hilmer. Renn weg. Jetzt nochmal. Zweiter Versuch auf dem Igor. Aber abgenommen wieder mal vom Melburner Spieler. Als der Igor. Nein. Perry B. Unser Tor hat halt ganz schön viel zu tun. Der Igor kommt ja nicht ran. Er hat immer die gleichen Spielzüge. So jetzt mal ein bisschen aufstellen lassen. Steffen B. hat sich den Ball wieder klauen lassen. Die Hanseaten hier ein bisschen unter Druck geraten. Vor allem den Australiern, die von da und an gekommen sind. Das war auch wieder so ein sinnloser Schuss. Den hätte man nicht machen sollen. Jetzt hat er Igor, 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 Igor. Yeah. Sauber. Wendet sich jetzt das Blatt für Hansa Rostock. Wilmer W. Will es auch mal probieren. Aber er hat wieder bloß den Torwart in die Hände geschossen. Jetzt. Nein. Der Igor. Da oben oben. Mako, Mako, Mako. Z. Muss ich jetzt beeilen. Aber der Torwart hat es zum Glück gehalten. Los, los, los. Weg. Weiterspielen. 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 So. Hier. Mako Z. Wieder. Geht auf den Igor. Genau das ist die richtige Entscheidung. Und der macht aber wieder bloß Unfug. 67. Spielmüde bricht jetzt an. Und den Ball nicht weg. Hetze. Steffen B. Macht der auf den Igor? Nein. Er versucht es selber. Er kann sich das nicht mehr angucken, was der Igor für eine Scheiße baut. Aber er macht es selber nicht besser. Er droht hier eine Niederlage. Das wäre fatal. Die Fans von Hansa Rostock. Oh. Da hat der Schiri aber gerade nochmal die Pfeife stecken lassen. Das hätte er auch als Foul sehen können. Jetzt muss er auf dem Juri spielen. Oh. Noch 15 Minuten. Jetzt der Juri. Der macht es jetzt. Ein Ausgleich. Nein. Warum schießen die eigentlich immer automatisch zu dem Torwart? Anstatt einfach so zu schießen. Oh. Steffen B. Hat aufgepasst. Noch 10 Minuten. Foul. Foul von D. Amicius. Und der ist raus. Melbourne Knights jetzt nur noch mit drei Feldspielern. Das könnte vielleicht jetzt am Ende die Entscheidung bringen. Und wir schießen nochmal direkt aufs Tor. Aber zu schwach. Juri Zew hat gehalten. So. Yeah. Ausgleich. Von keinem geringeren als Igor P. In der 82. Spielminute. Und jetzt sieht man schon. Es wirkt sich aus, dass Melbourne zu dritt ist. Hansa Rostock hat immer eine Anspielstation frei. Das könnte vielleicht jetzt 30 Schüsse aufs Tor von Melbourne Knights. Wahnsinn. Jetzt muss doch nochmal hier der Angriff auf den Siegtreffer kommen. Yeah. Und natürlich Igor P. Wer auch sonst. Igor P. Der beste Spieler hier bei Hansa Rostock. Aktuell bringt die Hanseaten jetzt 5 zu 4 in Führung. Also die Aufholjagd im Moment geglückt. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Es ist jetzt die letzten, sind denn die letzten 2, 3 Minuten angebrochen. Vielleicht können wir es noch runterspielen. Oh. Und was war denn das? Bandejag. Nein. Jetzt ist auch noch unser Marco Z. Raus. Aber ich denke mal, das sollte jetzt so kurz vor dem Abpfiff nichts mehr machen. Jetzt beide nur noch zu dritt. Beide Teams mit Torwart zu viert. Ui. Das war mal eine kritische Situation. Jetzt mal ein bisschen runterspielen lassen hier die Uhr. Runterspielen lassen. Steffen B. Rennt nochmal vor. Er will es nochmal machen. Vertänzelt. Das war nix. Aber jetzt müsste doch langsam mal der Abpfiff kommen. Und da ist der Abpfiff 5 zu 4. Gewinnt Hansa Rostock gegen Melbourne. Jetzt nochmal eine furiose Aufholjagd. Guckt euch mal den Ballbesitz an und die Schüsse aufs Tor. 15 zu 34. Und Igor P. hat ganz alleine vier Tore hergemacht. Der Spieler des Tages auf jeden Fall. Der Hansa Rostock die Tabellenführung sichert. Jetzt schauen wir uns mal die anderen Spieler an. Da haben wir Austria-Wing gegen August den ersten 2 zu 2 Unentschieden. FVL-Rabatt gegen Kansas City 0-0. Dynamo Keith gegen Boca Juniors 1-0. Das könnte sogar schon der erste Sieg für Dynamo Keith sein. Und Akranes gegen Asante Kotoko 1 zu 2. In der Tabelle sieht das dann wie folgt aus. Wir führen mit 12 Punkten. Asante Kotoko knapp dahinter mit 11 Punkten. Dann haben wir Kansas City und Melbourne Knights auf der 5. August der erste. Sechster Akranes, siebter Boca Juniors auf der 8. Dynamo Keith. Neunter FVL-Rabatt und ganz hinten Tja Balvorik. Tut mir leid. Austria-Wing mit gerade mal drei Punkten. Drei Unentschieden. Zwei Niederlagen. Tja, hoffentlich geht noch was bei Austria-Wing. Aber Hansa Rostock liegt jetzt vorne. Mit vier Siegen, einer Niederlage. Und wir gucken uns jetzt mal den sechsten Spieltag an. Da geht es für uns nach Japan. Ist das Japan gewesen? Asante Kotoko? Ich glaube schon, ne? Nach Japan und Rabatt. Ne Quatsch, Wien muss nach Marokko gegen Rabatt. Kansas City in die Ukraine zu Dynamo Keith. Die Melbourne Knights nach Südamerika zu Boca Juniors. Und China nach Quatsch. Andersrum. Ja, stimmt gar nicht. Dynamo Keith muss nach Kansas City. Boca Juniors muss nach Australien. Und die Isländer Akranes müssen nach China zu August 1. Tja, wenn es euch gefallen hat. Das war der fünfte Spieltag. Und es geht am Sonntag weiter mit dem sechsten Spieltag. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. Dispare方. Bis dahin. Rabatt. Bin snüge. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. demcular. B vapor. Bis dahin. Bin Consideration. Vielen Dank.